Hallo und herzlich willkommen zurück beim Block Trainer. Heute geht es um die Zentralisierung der Mining Power beim Bitcoin und ob wir dieses Problem in Zukunft lösen und was für Ansätze es da vielleicht schon gibt. Viel Spaß beim Video. Ja Leute, wir haben eigentlich seit Jahren ein Riesenproblem beim Bitcoin und das Problem ist, dass wenn du beim Mining versuchst teilzunehmen, es sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass du überhaupt als Miner einen Block findest und damit den Reward von 12,5 frischen Bitcoin derzeit pro Block bekommst. Also hat man irgendwann sich in Pools zusammengetan, hat gesagt, wir vereinen unsere Rechenleistung, dieser ganze Pool versucht einen Block zu finden und wenn ein Pool einen Block findet, wird jeder Miner prozentual mit dem, was er an Rechenleistung in den Pool gesteckt hat, eben vom Block Reward bedient. Also er bekommt dann von diesen 12,5 Bitcoin dann eben prozentual das, was er an Rechenleistung dazugegeben hat. So und das Ganze funktioniert auch ganz gut und die reine Zentralisierung der Rechenleistung ist auch relativ gering. Ich glaube, der größte Player am Markt hat derzeit etwa 5% Rechenleistung überhaupt, aber die Mining-Pools selber, die haben enorm viel Hashpower oder sie verwalten enorm viel Hashpower eben von den ganzen Leuten, die sich diesen Pools anschließen. Und der Mining-Pool-Betreiber wiederum fungiert als einzelner, ja, Node, wenn man so möchte. Also er kann bestimmen, was mit der Rechenleistung im Pool passiert. Und dadurch kann es zu einer gewissen Zentralisierung kommen, denn derzeit ist es so, dass eigentlich der gesamte Markt von 4, 5 großen chinesischen Pools dominiert wird, wovon 2 sogar dem gleichen Unternehmen gehören. Und wenn diese sich mal im Hintergrund zusammentun sollten, dann hätten sie genug Rechenleistung, um eine sogenannte 51%-Attacke auf dem Bitcoin laufen lassen zu können. Ja, sie wären auch in der Lage, Daten zu manipulieren und so weiter und so fort. Wie das alles im Detail funktioniert, habe ich euch schon mal im 51%-Video erklärt, ja, aber das ist auch gerade gar nicht das Thema. Das Thema ist eigentlich, dass wir eine Lösung für dieses Problem brauchen, denn die Gefahr ist natürlich, dass langfristig die Leute, die schon viel Geld im Markt haben, auch ihre Macht weiter ausbauen können. Des Weiteren gibt es immer effizientere Hardware, sowas wie die ASIC Miner beispielsweise, die ist eigentlich, oder die dafür sorgen, dass Privatpersonen mit ihrem Computer, ihrer CPU oder ihrer GPU gar keine Chance mehr haben, überhaupt am Mining teilzunehmen, weil sich das gar nicht rechnet. Weil die Hardware einfach nicht effizient genug ist. Und man möchte eben eine Möglichkeit haben, diese Zentralisierung auf die wenigen Mining-Pools, die wir haben, also, dass man es wieder so ein bisschen entzehrt, ja, die Dezentralität wieder zurück auf die Miner bringt, ja, weil der Urgedanke von Satoshi Nakamoto war ja, dass jeder Teilnehmer quasi eine eigene Stimme hat und nicht, dass eine Person wieder viele Stimmen von anderen kontrolliert. Ja, das ist ja einfach nicht der Grundgedanke. So, und man sieht dieses Problem, man erkennt dieses Problem und man hat erste Lösungsansätze. Und, äh, das ist jetzt auf der Blockchain-Konferenz 2019 besprochen, nee, stopp, auf der Bitcoin-Konferenz 2019 besprochen worden. Ähm, da ging es eben darum, dass man, äh, diese Gefahr sieht und diese Gefahr auch bannen muss. Ja, und das ist zum Teil auch gar nicht im Interesse der Pool-Betreiber, diese Macht der 51% zu haben. Natürlich, sie wollen am Ball bleiben und müssen größer werden, um konkurrenzfähig zu sein. Andersherum wissen sie auch, dass damit das Vertrauen in den Bitcoin verloren geht und, ähm, dementsprechend muss eigentlich eine Lösung her. Und, ähm, wie es eben bei Bitcoin ist, ähm, alle müssen sich an die gleichen Regeln halten. Wenn man also was an den Regeln ändern möchte, muss diese Änderung der Regel auch reizvoll für alle Teilnehmer im Netzwerk sein. Das sind zum einen die Miner, das sind die Node-Betreiber und das sind eben auch die Pool-Betreiber, ja. Und es gibt einen Änderungsvorschlag und der würde dafür sorgen, dass eben nicht mehr der Pool alleine in der Entscheidung ist, welche Transaktionen werden als nächstes abgearbeitet, sondern wieder jeder Miner entscheiden kann, obwohl er Rechenleistungen in einem Pool gibt, bleibt er selber in der Entscheidungsgewalt, welche Transaktionen bestätigt werden. Und damit würde man nämlich diese Zentralisierung der Pools wieder aufsprengen und wieder die Dezentralität auf die Miner verteilen, auch wenn man sich trotzdem als Pool zusammentut und gemeinsam versucht, die nächsten Block zu finden. Und das neue Protokoll nennt sich Stratum V2 und, ähm, wird eben jetzt gerade entwickelt und man möchte viele, viele Anreize schaffen, ähm, auch unabhängig dieser Thematik, dass die Miner auch auf das neue Protokoll umsteigen. Weil wir haben es damals bei Segwit X2 gesehen, da sollte die Blockgröße beim Bitcoin vergrößert werden, es sind zu wenig Leute auf das neue Protokoll umgestiegen und dadurch hatten wir eigentlich, äh, den ersten Anstoß für den Fork auf Bitcoin Cash. Und damit dieses neue Mining-Protokoll nicht auch in einem Fork endet, sondern wirklich zum Standard für den Bitcoin wird, müssen eben die Anreize da sein, dass auch alle Teilnehmer im Netzwerk das neue Protokoll gut finden. Und diese Anreize sind zum einen, dass die Hardware effizienter miteinander arbeitet, dass die Miner selber wieder in der Entscheidungsgewalt sind, welche Transaktionen sie bestätigen wollen und welche eben nicht. Und sie wollen viele, viele Sicherheitsprobleme lösen, die derzeit auch unter Umständen noch herrschen und sagen, im Allgemeinen soll Stratum V2 eigentlich das perfekte Protokoll werden. Also das ist ihr Anspruch. Sie wissen nicht, ob sie es schaffen, aber es ist ihr Anspruch. Und das soll so allumfassend gut sein, dass die Miner auch alle anderen dazu zwingen und sagen, hey, Poolbetreiber, bitte schalte um auf das neue Protokoll, weil es geht hier um meine Hardware, ich habe hier die Stromkosten, ich möchte, dass wir auf einem sicheren, guten Protokoll arbeiten, was mir die und die und die und die Vorteile bringt. Welche Vorteile das alle im Detail sind, ist noch gar nicht so gesagt worden. Es ist aber von Telemetriedaten gesprochen worden, das heißt Sensorikdaten und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Protokoll später einen großen Effizienzschub dahingehend leistet, dass die Hardware, die Mining-Hardware der verschiedenen Teilnehmer in einem Pool so effizient miteinander arbeitet und so gezielt guckt, wie Rechenleistung verteilt wird, dass das ganze Netzwerk einfach sehr intelligent und sehr fluffig läuft, wenn man so möchte. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Stratum V2 alles so kommt. Ich werde das Protokoll auf jeden Fall mit höchster Begeisterung weiterverfolgen. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, wie der Entwicklungsstand ist und auch wie die Community und so weiter das annimmt. Man hat übrigens darüber hinaus auch die Community darum gebeten, aktiv daran mitzuarbeiten. Man möchte da niemanden außen vor lassen. Es soll wirklich einfach dafür sorgen, die derzeitige Kritik am Bitcoin, dass sich da was zentralisiert, wieder aufzusprengen und das ganze Netzwerk wieder dezentral zu machen. Und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Schritt für Bitcoin, wenn nicht derzeit sogar der wichtigste, den wir überhaupt haben. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Information gefallen und ansonsten wollte ich euch noch sagen, es gibt heute Abend einen Livestream. Es gibt eine kleine Spielrunde mit den Jungs von Crypto Monday. Wir haben uns da vor ein paar Wochen schon mal was richtig Cooles überlegt und das wird es heute Abend geben. Bei mir auf dem Kanal aus meiner Sicht und auf dem Kanal von Crypto Monday aus der Sicht von Flo und Mirko. Und ja, wir werden ein wenig mit dem Lightning-Netzwerk spielen und ein paar anderen Dingen. Wird auf jeden Fall spannend. Lohnt sich reinzuschauen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute und bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.